Oh, jetzt fangen wir schon an zu strugglen, das war eine Stage 3. Ja, ja. Das ist nur ein bisschen Entertainment für den Stream. Wir wollen nicht in 10 Minuten durch sein. Ich weiß nicht, was du denkst, du machst, aber ich mag es nicht. Fack doch nicht. Ich will dich stoppen. Ich beefериure. Super! Ja, ich budsch du tu die 시 X. Eine Kamera hoch, eine Kamera runter machen. Ja, ich mache Runde. Allt aber außerdem brauchen wir hier Giveicias G scène de la grande 2013 kommen wir zu mir können hier beide rein. die g137 dankeschön für deinen preis ab das sind wir hergekommen ja ja wir von da sind wir bekommen doch also warte mal wissen du was wir diesen laser machen auf jeden fall ja ich frage mich warum da eine weiße tür ist was das soll wir müssten den laser da hoch schießen die mag immer dadurch siehst du es hier hoch schießen müssen da auch schießen ja die ja jetzt konnte nichts hat ich gehen wir runter kann man irgendwas machen ist ja immer sondern weil ich kann ja gucken da ist nicht kannst du dadurch wo ich da einschießen oder ich mag die mit öfter dass du da durchgehen oder ist das zu nähe danach das wo das glas ist ja es zu wo ich jetzt hast du das glas ich sehe ich weiß jetzt nicht gesehen kommen hier oben das bin ich hier jetzt komme ich an würfe ist mich also ist auch gefakt bleibt der würf ist unter und so du musst jetzt den aufzug betätigen ja wie möchte wir zurück ja schon muss springen dem portal gemacht okay okay ich hab's gehabt du musst nur auf der sehen und hoch ich sehe halt nicht wo der würfel ist links er muss noch runter machen ja ich kann nur einmal runter jeder der andere da du musst halt beobachten wie sie aufzüge es geht nur 1 hoch oder 1 runter ich muss ja wie so ein parcours laufen halt wahrscheinlich jetzt ich sollte das erklärt oder was du siehst ja gucken weil ich gehe mal hier soll ich darauf jetzt fahrt mit dem noch mal runter gehe jetzt nicht weiter und jetzt das will ich wieder zurückfahren gerne muss da gucken wo ich immer nach rechts alter das willst du recht aber doch ist gut jetzt hier ja und jetzt okay ich war doch mal rechts ja war fett ist der feld darunter hat jetzt trop ja da hier ist ein portal ich kann schießen ja 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 ich weiß nicht dass auch nicht ob ich da runter gemacht da kannst du ja 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 ich das ist ein paar ok jetzt haben wir es war erst mal pushen jetzt mal ganz ganz rüber push noch weiter ja lass dich runter trocken wieder ne warte ich mach hoch geh runter ja ich kann hier ein portal setzen ich weiß auch nicht aber so geil ist jetzt hier durch geht durch nicht trocken erst hoch ja jetzt muss ich da hause wieder jetzt muss man wieder nach hause bringen ja dann kommt nach hause ich glaube die portale werden geil gewesen weil du kommst nie mehr da hoch glaube ich kann auch nicht zurück das augen portal machen kann es nicht so weit runter war der gm hat gemacht dass man wird ein portal warten müssen also drückt jetzt ein staunten portal macht ja drückt man hoch und runter egal ok war da mir kannst du mich hier nicht wieder hoch fahren dann bin ich wieder hier warte ich da oben ich hab's ich hab's noch mal so warte ich wüsste ich gern ob das dann ein rechtes oder linkes portal ist jawohl wirf es drüben ich auch jetzt sagen dass es darum hingeht da muss man hier wieder mit portalen machen ja habe ich ja du musst den ausgang auch fertig waren da oben hier ich kann ich kann ja dass das portal was ich noch am start habe kann ich ja wieder benutzen ich habe zwei hinweich chancenpunkte eingebüßt ich fand uns gut also wir haben neue muss ja und ich bin auf dem desktop gefallen die body und atlas und wie geht es jetzt weiter das ist doch oder hier ist ein knopf nach rechts nach rechts 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 ja ja und dann noch nach rechts und wir müssen das erste seien wir wissen dass wir eine folge nach machen kannst du es aufmachen okay okay ich muss einfach durchlaufen ich muss dann musst du musst springen glaube ich ja so weit oder was also nicht ja anders geht nicht du verwechseln wasser pass auf ja ich kann nicht springen doch so kommen wenn du ganz oben bis springste kommen hat das reicht jetzt darüber jetzt muss ich ultra schnell rüber lasern glaube ich ja ich muss ich habe ich jetzt ich hätte dich wahrscheinlich an ich warte kann ich auch hier nein nein warte ist breit ist ja gott alter und er kann ich nicht machen glaube ich ich kann hier ein portal machen warte ich mache hier im portal ausgang jetzt kannst du davon rein wie soll ich da rein da komme ich nicht hin doch 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 ich kann man hier selber aufmachen ja ja das ist ein bisschen hoch oder das habe ich da hochkommst du bist jetzt hochgeschossen hat sie nicht noch mal anders schließen ein bisschen ja 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 das war ja das war ja easy und kriege ich nichts ich habe gelasert ich habe auch gelasert ich habe auch gelasert aber also jetzt hier viel einfacher als die stoffe wir versuchen wir auch einfach jetzt schlau okay sorry ah sometimes testing has to occur outside the confines of the lab this next test is so outside the box i can't i mean won't even tell you what you were looking for you know it when you find it jetzt weiter haben wir uns übersehen ja hier kann man sich ich konnte ein portal schießen hier in die wand wo möchte ich denn raus kommen überhaupt ist egal wo wir hin sollen wir wollen ich habe ein portal fertig gemacht ich bin noch halb blind macht nicht so was mit mir ich bin in diesem raum hier muss ich eine cd einstecken es ist zu ich habe das nicht geändert ja das geht so weiter ich komme kein alter schauen wie porno zusammen oh ich weiß nicht ob das gut war F für Countdown ich mache Countdown der ist kaputt glaube ich hier der Hebel ich weiß nicht ob das richtig war F für Countdown drücken drück mal F wir müssen vielleicht zeitgleich drücken ah oh 3 2 1 feier ja oh da müssen wir schnell sein wir müssen B um 3 2 1 und go oh mein Gott da ist die cd da ist die cd hier oh alter das ist ein guter porno Bruder oh ja oh ja kommen wir jetzt zurück du musst dir die rote aufmachen mein filmchen ja machen die rote auf ja 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 so ich bin cyber auf das filmchen ich schieb rein oh ja und rein da und jetzt ich sitz hier hin oh ja was ist das hä hey ich komm hier gar nicht raus lass doch hier weiter hier ging was auf ich hab nichts gemacht ich hab nichts gedrückt ich hab nichts gedrückt ich hab was falsch gemacht ich hab nichts gedrückt dachte du hast dich um getestet oder so alte hä hä ok ey wo bin ich ach haben wir doch haben wir es doch geschafft doch ok oder waren wir nicht schon mal es fängt der anfang alter naja als ob hä ich mach das jetzt nicht alles nochmal nee warte das war vorhin noch nicht hier oder es ist also das ist genau dasselbe es kommt wir können levels lecken ja sechs haben wir waren wir gerade stadt kommt muss man es hören das soll so sein ja ich habe es auf englisch ich verstehe immer du zerstörst du hast es so outside the box i can't i mean won't ist die erstes hat schon zu ultra strange die fangen zu dir oder was als ob wir nicht da einstecken mussten vielleicht mussten wir schnell doch aber wir haben was verkackt ich mach nochmal da portal fertig rein so insert des war hier steht do not trust her security through also auf deutsch steht das da steht nicht bei dir auf deutsch was hier steht security is our only hope wir sollen der stampe nicht vertrauen wir sind hier raus gerannt und waren dann dead ja da war ich instant dead aber wir kommen sonst nicht raus ich weiß ja nicht ob wir dead gegangen sind weil die aufgehörte zu reden oder wollen wir da raus gelaufen sind vielleicht müssen wir hier drinnen bleiben wir raus gelaufen sind dann lass doch mal feiern hier ready und go so ist hier vielleicht noch was was die vielleicht einfach mal nicht rein stecken wir ziehen wir einfach ab die cd aber wie kommen wir denn denn wieder raus so wie man kann mit der cd nicht raus müssen das neue besorgen vielleicht kommt jetzt ein ordentliches filmchen das ist schon wieder so spook die musik hier da sollen wir vielleicht direkt abhauen mal direkt abhauen wir lassen es mal drin wir schauen es ist man ich habe auch angst dass wir jetzt wieder kassieren congratulations you managed to complete this absolutely meaningless test oh i almost forgot when you go outside the testing courses the only way i can retrieve you is to violently disassemble you ah i durf die teststrecke nicht verlassen so nicht von der teststrecke runtergehen die hat jetzt ab diesem chat schreiben ist okay ihr sollt kassieren wir schauen wie viel mehr schritt ich mache als du bist so ein scammer ne guck mal hier lasst du hier weitermachen wirst du ja haben wir schon ja weiter geht's ne das wusste natürlich alles 200 gebäten worden schade